Community-Turnier des Creators M-Flash X15. Wir stehen im Finale und müssen gegen niemand geringeren als die 1v1-Legende Lance und seinen Teammate spielen. Die beiden lassen mein Mate und mich auch erstmal ziemlich alt aussehen. Hier kann ich aber den Save des Gegners schön in die linke Corner platzieren. Eine Minute später challenge ich einfach mal frech rein und werde sogar mit dem Ausgleich belohnt. Diese Partie fängt aber jetzt erst richtig an. Hier durch den Bump die Möglichkeit für die Gegner wieder in Führung zu gehen. Die Demo holen wir uns zurück und der Fake meines Lebens führt zum Ausgleich. Mein Gott, was eine Partie. 20 Sekunden vor Ende gehen wir sogar das erste Mal in Führung. Allerdings durch einen Kick-Off-Fehler direkt wieder der Ausgleich. Nur noch wenige Sekunden. Mein Mate setzt sich durch. Erneut die Führung für uns 5 zu 4. Aber in Sekunde 0 macht Lance den Ausgleich und es geht in die Overtime. Leider entscheiden unsere Gegner diese für sich, aber wow, GG, was ein Finale. Weitere. Weitere. kat. Holgesch. Ich zeige. Ich zeige.